Heyo Leute, zu Kramix hier, was geht euch mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft auf der YouTuber-Insel, Leute. Wir sind hier in unserer wunderschönen Villa in Paul Berger Hills, Leute. Ich weiß, ihr liebt das, wenn ich das sage, weil ich hab das in den Kommentaren gelesen. Und heute, meine Freunde, geht es weiter. Ihr habt euch gewünscht, dass wir nochmal ein zweites Date mit Flauschi machen und uns mit Flauschi wieder treffen. Letztes Mal lief ja eigentlich ziemlich gut, auch wenn das Date sehr chaotisch war, Leute. Aber Flauschi hat gesagt, sie will sich nochmal mit uns treffen. Wer weiß, Leute, vielleicht wird Flauschi ja unsere neue Freundin. Und deswegen würde ich sagen, wir fliegen direkt mal rüber zur Krümelküste, zu Flauschis Haus. Und werden sie fragen, ob sie heute mit uns ein zweites Date verbringen möchte. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir heute auch endlich unseren Kuss ab, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und ich würde sagen, wir flitzen jetzt hier mal ganz schnell rüber. Oh Gott, wie sieht denn hier auch unser Strandhaus aus? Das müssen wir auch unbedingt mal reparieren. Da ist Flauschis Haus. Hä? Leute, wer ist denn da vor ihrem Haus? Was ist denn hier los? Oh, warte, ich hab mein Schwert weggeworfen. Was hab ich denn jetzt gemacht hier? Nein, 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 ich brauch doch mein Schwert hier. Da ist mein Schwert, falls wir Flauschi wieder verteidigen müssen. Oh, irgendjemand läuft hier vor ihrem Haus rum. Äh, Alpharstein, was machst du denn hier? Hä? Max, Bro! Wir haben das doch letztes Mal geklärt. Flauschi ist meine Freundin. Was willst du meinen? Du hast dich einfach so eingemischt. Du weißt schon, ich hatte schon links ihre Nummer und alles. Was hast du gar nicht gehabt? Sie hat mir gesagt, du hast gar nichts mit ihr zu... Hä? Candy, was machst du hier? Was machst du jetzt hier? Weg hier, ich bin dran. Candy, was machst du hier? Äh, gar nichts, Max. Was machst du hier? Das ist die bessere Frage. Die hauen beide hier mal ab. Weg hier von diesem Haus. Ey, Leute, Leute, ganz kurz. Warum, Alpharstein, hast du Blumen dabei? Willst du Flauschi ihr Blumen geben? Ey, Leute, Flauschi gehört mir. Nein, Flauschi gehört mir. Ich hatte... Ich hatte ein Date mit ihr jetzt mit mir gefallen. Candy hat sich ein Schwein küssen lassen und Alpharstein mit dir hat sie noch nie geredet. Ich habe ihre Nummer, Junge. Du hast gar nicht ihre Nummer dazu. Ich habe hier einmal übernachtet. Wir haben schon gemeinsam gegessen. Ich habe einen Song für sie gemacht. Ja, scheint wohl nicht so ein guter Song gewesen zu sein. Die kennt sie noch gar nicht. Die wird sie erst kennen irgendwann. Flauschi, hallo, bis bald. Hey, komm beide weg hier. Hey, komm Flauschis Tür weg. Flauschi, was passiert hier oben? Flauschi, was ist denn für ein Krass? Flauschi, ich wollte mit dir zuerst auf ein Date gehen. Die anderen, ihr seid... Ihr müsst euch hinten anstellen. Was willst du? Guck mal, hier, wo bin ich mitgebracht. Guck mal, wie schön die sind. Ich habe Kekse für dich mitgebracht. Leute, nicht so lange. Ja, Tee, Tee, Bicke. Nein, ich will keinen Tee. Oh, okay. Flauschi, du musst dich entscheiden. Ich entscheide dich, Flauschi. Lass mal alle rein, okay? Ja, kommt erst mal rein. Flauschi, du musst dich hier entscheiden, mit wem du hier was machst. Wenn du das machen willst, ja, okay. Wir klären das jetzt für richtige Bälle. Wir klären das jetzt für Männer. Ihr müsst euch, ihr müsst gegeneinander antreten. Oh. Flauschi kämpfe oder so. Und der Gewinner darf auf ein Date mit dir gehen? Ja, genau. Und kriegt diesmal auch einen Abschiedskuss an der Tür? Und was? Egal. Ich will sie erst, bitte. Äh, Alperstein, hau ab, Alter. Auf sie zu küssen. Was war das denn jetzt, Junge? Okay. Mögen die Flauschi-Kämpfe beginnen? Am Flughafen oder wo geht die los? Okay, der Kampf geht auf Leben und Tod. Äh, das ist der Flughafen. Äh, das ist der Flughafen. Ey, oh. Flauschi, guck mal. Flauschi. Oh, du hast so Glück gehabt, ey. Alperstein hat deinen Teppich kaputt gemacht, Flauschi. Du hast so Glück gehabt, dass sie weggeflogen ist. Wir gehen zum Flughafen. Die Flauschi-Kämpfe beginnen. Oh, Leute, jetzt müssen wir hier einen Wettbewerb um Flauschis Herz machen, oder was? So. So, jeder hinter einen Tisch. Ja, okay. Wie machen wir das denn jetzt? Kämpfen wir gegeneinander? Ich hab kein Problem, gegen die zu kämpfen. Nein, ich hab alles vorbereitet. Wo ist denn Alperstein? Wie, du hast was vorbereitet? Minuspunkt fürs zu spät kommen. Ja, Unkündigkeit, finde ich sehr gut. Wo ist der Bummi? Hey, da bist du ja. Komm her, Junge. So, hier hinstellen. Alle aufstellen. Leute, es kann nur einer von uns das Herz von Flauschi gewinnen und das werd ich sein. So, die erste Disziplin, seid ihr bereit? Ja. Ja. Wer kann am schnellsten die Materialien für einen Keks besorgen und diesen auch craften? Ich hab die mal raus. Ja, alles gut. Stopp, stopp, es geht doch noch gar nicht los. Oder geht's schon los? Ach so, nice. Ich zähl von drei runter, dann dürft ihr loslaufen. Okay. Drei. 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 Ja. Zwei. Ja. Ja. Go. Okay, let's go. Okay, Leute, wir müssen mit einem Keks, äh, müssen wir Flauschi überzeugen, dass wir der Richtige sind. Ich weiß nämlich... Wax! Ja. Hat sie hier, hat sie hier die Materialien? Nein, 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 nein. Ich weiß, dass Flauschi nämlich hier einen Keks, äh, Vorrat unterm Rathaus hat. Ja. Haha, wusste ich doch. Oh, ein bisschen zu viel kaputt gemacht. Ich hab alles. Nein, 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 nein. Ich hab auch alles. Ich hab alles. Hast du auch schon gecraftet? Nee, sollen wir das auch schon machen? Ja, klar. Ich weiß. Warte mal, wie macht man das denn nochmal? Weizen, Kakaobohnen? Kakaobohnen, Kakaobohnen? Was braucht man denn nochmal? Oh Mann, ich bin der Letzte. Ich bin doch lange nicht der Richtige. Ich werde das zweite Date gewinnen hier. Nein, Leute. Kakaobohnen, Kakaobohnen. Wie nie zuvor. Ich hab mein Leben lang dafür trainiert. Aber Candy, letztes Mal hast du noch gesagt, das stört's nicht, wenn ich mich mit ihr date. Und jetzt auf einmal doch? Nein, das stört's nicht. Komm nochmal her zum Lügendetektor. Oh. Ich glaub, letztes Mal hast du den Lügendetektor nur ausgetrickst. Ja. Nee, hab ich nicht. So, komm mal mit hier zum Lügendetektor. Oh Mann, ja. Und zwar, liebst du Flauschi immer noch? Drück drauf. Nein. Ich wusste, du lügst, Candy. Candy hat gelogen. Ich werde es gewinnen. Die anderen haben sich doch nicht dafür interessiert. Warte, nein, nein, wir sind ready. Aber warte mal, da wir gerade dabei sind, kommen wir alle mit zum Lügendetektor. Ich muss hier mal eine Frage stellen. Hä? Oh, oh. So, bei Candy habe ich schon rausgekriegt, dass er wirklich was für Flauschi empfindet. Alphastein, liebst du Flauschi wirklich? Drück auf den Knopf. Ich liebe sie. Lüge. Er will nur an Flauschis Geld dran, weil sie Bürgermeisterin ist. Neue Frage. Alphastein, hast du Flauschis Haus in die Luft gejagt? Oh, jetzt, mach. Nein. Wer war's? Russik? Timmy, wer war's? Das kann nur Ja oder Nein beantworten, die Frage. Mann, ey. Und jetzt werde ich euch zeigen, dass ich es auch ernst meine. Und zwar... Liebste Flauschi and Kraybanks. So, da siehst du's. Du hast ja gesagt, what's up? Das ist die Wahrheit. Die Flauschi-Kämpfe machen wir jetzt weiter. Ja, die zweite Disziplin, wie das Flughafen. So, Leute, wir haben bewiesen, dass wir es ernst meinen, dass wir sie wirklich lieben. So, und jetzt... Ich hab eure Pulte ein bisschen umgebaut. Die sind jetzt zu buzzern geworden. Okay. Denn jetzt gibt's ein Quiz. Oh. Guck mal, ob das... Geht's gar nicht so? Geht's doch gar nicht. Geht's gar nicht. Was ist denn schmal hier? Dann müsst ihr nur so draufdrücken. Ja, die Knöpfe müssen weg, so. Okay. Okay. Wer aus Versehen drückt oder falsch, der muss beantworten, auch wenn das nicht weiß. Ja, okay. Stell die Frage. Okay, die erste Frage ist... Was ist Flauschis Lieblingsfarbe? Ich hab schon gedrückt. Hey, hört. Ich hab schon gedrückt. Hey, hört. Du musst die Frage abwarten. Ein Kraybanks hat als einziger nach der Frage gedrückt. Ja, danke. Und zwar ist das die Farbe pink. Genau, das ist richtig. Ja, Punkt für mich. Einspruch. Weitere bereit für die zweite Frage. Weiter geht's. Alphastein hat schon gedrückt. Alphastein ist raus bei der zweiten Frage. Ich weiß jetzt, wo es ist. Es ist ein KC. Nein. Was ist meine Lieblingsblume? Ich hab gedrückt. Das weiß ich nicht. Ja, kann nicht. Ich weiß es nicht, aber ich will die Aufmessung keinen nutzen, um zu sagen, dass ich dich gut finde. Ich mag dich. Ja, aber warte, dann ist das meine Chance. Das gibt Minuspunkte. Eine rosa, eine rosa Tulpe. Nein. Äh, eine rote Rose? Auch nicht. Verdammt. Hä? Was denn? Grün. Grün. Blube. Ah, warte, warte. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Die da oben. Wie heißen die? Warte. Du musst den Namen wissen. Ja, ich sag jetzt. Er hat doch schon falsch gesagt. Das stimmt eigentlich. Pfingst Rosen. Es sind Pfingst Rosen. Pfingst Rosen. Oh. Schubli. Okay, Alcrimax hat es. 2-0. Ich hab's gesehen. Was ist mein Lieblingsessen? Verdammt. Ich wette. So, Jungs, der hat die einleitig verloren. Das sind die Cookies. Ja, das stimmt. Verdammt. Egal, wir liegen immer noch vorne. Okay. Langsam wird's Enkandy. Alphasteine. Oh, Mann, ey. Nee, ich hab zwei Erd, einen Alphasteine. Ich hab einen. Ja, okay. Okay, die vierte Frage. Die vierte Frage von fünf. Oh, okay. Wer ist mein Lieblingsmensch auf der Insel? Max war zuerst. Dein Lieblings... Warte mal, aber Mensch. Also war es ein Mensch, ne? Oder? Ja, der Lieblings. Weil ich hätte nämlich dein Haustier gesagt. Dein Hund. Ja, das ist auch richtig. Aber ich mag eigentlich alle. Alle. Oh, okay. Was ist das? Warte, ich... Alle. Die Antwort ist alle. Ja, dann war's falsch, was ich gesagt habe. Ja, alle. Habe ich's richtig? Keiner einen Punkt. Okay. Naja, auch gut. So, und die letzte Frage ist, welches Gebäude auf dieser Insel auf meiner grüne Küste mag ich am meisten? Mein Haus! Wer war... Das ist falsch. Ich glaub, Candy war der Erste. Candy war der Erste. Ich glaub, Candy war der Erste. Ähm, am meisten magst du... Oh Gott, oh Gott, äh... Das Hotel! Ja, das ist richtig. Mann, das hätt ich auch gesagt. Okay, egal. Okay, okay, okay. Also, es steht 1 zu 2 zu 1. Das heißt, Alcrimax hat diese Runde gewonnen. Ich geh auf 1, 2 zu State. Die letzte Disziplin kommt nicht drauf. Okay, stimmt, stimmt. Die letzte Disziplin. Ja. Die letzte Disziplin. Ihr kennt mich ja alle sehr gut. Und was mache ich am liebsten? Bauen! Ja! Und es hat... Was hat er gesagt? Hände waschen, glaube ich. Ihr müsst jetzt ein Bau-Battle machen. Wir müssen ein paar Wände aufbauen am besten. Oh, ein Bau-Battle? Ja, klar. Was sollen wir denn da bauen? Ich kann Wögen bauen, ich kann Flugzeuge bauen, die Boote. Alles, was wir wünschen. Jetzt müssen wir uns in Schlauschis Herz reinbauen, okay. Das ist eine gute Trennwand, sehr gut. Aber reicht das hier vom Platz, das hier zu bauen? Ja, klar. Wenn nicht, gehen wir einfach an verschiedene Orte. Naja, okay. So. Ich hab auch noch ein bisschen Beton. Ich glaub, es soll sich auch für einen anderen Satz geben, aber wir können hier nicht bauen auf dem Boden. Ja, ja. Ja, komm, wir machen das woanders. Komm da drüben. Ich weiß wo. Ich weiß, hinter der Candycheck-Bauzentrale, hier bei der Krümelküste. Okay. Komm mal mit, hier drüben. Oh, Leute. Ja, das ist echt perfekt. Wir müssen jetzt wirklich gewinnen, die nächste Challenge, weil dann gehört Flauschi uns, Leute. Dann sind die anderen weg. So, so machen wir das. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt bauen sollen. Also, Leute, seid ihr bereit? Ja, natürlich. Ich hab euch Blöcke bereit gelegt. Und mit den Blöcken müsst ihr jetzt was bauen. In drei, zwei, drei, eine Minute. Eine Minute haben wir nur Zeit. Oh mein Gott, was? Ey, Leute, wenn wir jetzt gewinnen, dann haben wir euch generell gewonnen. Okay, schnell, schnell, schnell. Was sollen wir denn jetzt hier bauen? Was sollen wir bauen? Nur eine Minute. Warte, das ist schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich bin richtig gespannt. Oh Mann, warum? Ich bin so schlecht da drin, Leute. Ich brauche irgendwas. Ich brauche irgendwas. Ich muss irgendwas krasses bauen. So. Komm schon, Leute. Wenn wir das Ding jetzt hier gewinnen, dann haben wir Flauschi gewonnen. Warte mal, das ist hier falsch. Du wirst es gar nicht gewinnen, Junge. Ähm, warte. So, wie viel Zeit haben wir noch? Noch 30 Sekunden. Ach du Heiliger. Die Hälfte ist schon rum. Oh Gottes Willen. Was? Ich schaffte es. Gar nicht. Flauschi, würde ich den richtigen Ausfüllen. Das bin ich. Okay. Okay, ich glaube, die Zeit ist gleich um und ich habe was richtig Gutes gebaut. Muss man alle Materialien verwenden? Das kann ich euch nicht sagen. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Das sieht doch gut aus, Leute. Zwei, eins und Ende. Okay, okay, okay. Fertig. Guckt mal, es ist mein Sprint, bitte. Was hast du? Für die Liebe. Mein Herz brennt für dich. Soll das ein Herz sein? Ja. Okay. Also ich gebe es Punkte von eins bis zehn, okay? Okay. Ja. Alphastein, du kriegst zwei von zehn Punkten. Ja. Du meinst zwölf, oder? Die hat gar keine Lust auf dich, Alphastein. Soll ich? Hast du gerade Flauschi angezündet? Nein, ich nehme mal, ich nehme mal aus. So, sehr gut. So, Max. Ja. Aha, das sieht gut aus. Das sieht schon sehr, sehr gut aus, sage ich dir, wie es ist. Johnny. Nein. Ey. Hey. Es riecht schlecht geworden. Flauschi, was sagst du? Wie viele Punkte kriegt der? Also, er kriegt sieben von zehn. Oh. Oh. Du bist raus, Alphastein. Ich muss achtmal jetzt sogar. Es wird zu viel werden. Hä? Oh mein Gott. Das ist ja viel größer. Ja, genau. Warte mal. Das ist ja überkrass geworden. Das ist doch ein Spruch. Max hat nicht alle Blöcke benutzt. Ja, das stimmt. Hätte man alle verwenden müssen? Ha, ha. Das ist natürlich ein Vorteil. Dann gibt es nur sechs. Dann tut mir das leid. Oh nein. Sechs Punkte für Max. Oh, ho, ho, ho. Komm bitte. Ich brauche mindestens sieben. Du hast sieben gewählt. Ey. Ich brauche alle Punkte. Nein. Alter. Jetzt bewerte das mal. Wir müssen bewerten. Wegen der Unfairheit kriegst du zehn von zehn Punkten. Ey. Einverstanden. Einverstanden, du Idiobomi. Ich kann nicht dafür. Ja. Toll. Ich bin mir anders jetzt. Aber wartet mal, Leute. Jungs. Jetzt hat jeder eine Challenge gewonnen jetzt. Stimmt. Was heißt das? Flauschi, was heißt das? Für wen entscheidest du dich jetzt, Flauschi? Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir noch so eine Enddisziplin. Die letzte, der entscheidende Punkt. Und der Gewinner darf auf ein Date mit dir gehen. Genau. Oh. Ich hole es. Um was geht's? Was sollen wir machen? Der, der von euch mir die beste Überraschung macht, kriegt den letzten Punkt. Okay. Ich habe jetzt den. Was? Okay. Alles klar. Wie lange haben wir Zeit? Ich würde sagen so... Fünf Minuten? Fünf Minuten. Ja. Okay. Okay. Alles klar. Los, 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 los. Oh. Warte. Raketen, Raketen. Oh. Wir müssen uns beeilen. Okay. Wer die letzte Challenge jetzt gewinnt, Leute, gewinnt auch Flauschi und darf auf ein Date gehen. Wir müssen jetzt irgendwas Krasses bauen. Wir haben nur fünf Minuten Zeit. Was heißt was bauen? Wir sollen eine Überraschung machen. Was wäre eine krasse... Oh. Ich habe die Idee, Leute. Ich habe die Idee. Ich habe doch hier meinen Korallenriffkeller. Gut. Natürlich mein Strandhaus ist jetzt ein bisschen zerstört, Leute. Ja, toll. Der Geheimgang funktioniert auch nicht mehr. Aber an sich kann man ja hier runtergehen. Hier können wir vielleicht irgendwie was Romantisches reinbauen, Leute. Aber hier geht es runter. Oh. Das ist krass hier, Leute. Okay. Okay. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen besorgen. Ich habe schon eine Idee. Wir können ja hier so ein paar Blumen hinmachen und sowas. Und oh. Ja. Da machen wir riesigen Kekse hier. Oh. Ja, ja, ja. Okay, Leute. Wisst ihr was? Ich werde ein paar Sachen besorgen. Let's go. Okay, Leute. Ich habe jetzt hier mal noch ein paar Sachen besorgt. Und zwar, Leute, habe ich hier noch einmal die Pfingstrosen. Das sind ja Flauschis Lieblingsblumen. Dann habe ich rosa Beton noch besorgt, Leute. Muss ja niemand wissen, da ich das aus der Candy-Bauzentrale geklaut habe, Leute. Dann habe ich noch Kekse natürlich. Die hatten wir ja davor schon. Und ich habe hier noch ein paar Bilderrahmen geholt aus unserem Lager. Weil dann machen wir hier nämlich alles, was Flauschi mag. Erstmal habe ich mir überlegt, bauen wir hier irgendwie so mit dem rosa Beton, können wir irgendwie so ein großes Herz bauen, Leute, aus ihrer Lieblingsbetonfarbe. Aus pinkem Beton, Leute. So, das wird hier ein kompletter Überraschungsraum. Ja, weil ich glaube, ich glaube, dass wir sie gut finden. Oh, warte mal. Ist das hier überhaupt groß genug, der Raum für so ein Herz zu bauen? Äh, ich glaube, schwierig, Leute. Ähm, na gut, Leute. Oh, warte, Flauschi hat das Spiel verlassen. Ich hoffe, die kommt gleich wieder. Nicht, dass die jetzt weg ist. Ah, okay, sie kommt wieder. Ähm, ja gut. Gut, ich glaube, hier in dem Raum wird das schwieriger, das Herz irgendwie besser zu bauen. Aber wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Wir haben nur noch irgendwie zwei, drei Minuten oder so. Weil ich ja gerade noch die Sachen besorgt habe. Dann hauen wir mal hier so ein paar Bilderrahmen noch dran. Oh, wow, Leute. Das geht ja genau auf. Das geht ja hier wirklich genau auf. Oh, ein Traum. Dann machen wir hier Kekse rein. So, zack, zack. Bam, 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 bam. So, und den letzten können wir noch essen. Und dann habe ich ja auch noch ein bisschen Erde dabei. Und jetzt können wir dann hier nämlich noch diese Pfingstrosen hin machen. Machen wir mal hier daneben. Zack. Oh, Leute. Also, ich glaube, wenn wir das Ding hier nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. So, zack. Und Blumen drauf. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Freunde. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Alter. Okay, wer hat so was Krasses wie ich? Okay, Leute. Wir müssen uns jetzt beeilen, weil die Zeit ist jetzt auch schon gleich abgelaufen. Ich denke mal, wir treffen uns wieder am Flughafen. Ich bin echt mal gespannt, was die anderen für eine Überraschung haben. Also, wenn die das toppen, Leute. Wer hat das eigentlich hier abgesperrt, Leute? Wer hat hier eigentlich mein Strandhaus gesperrt? Gesperrt wegen worden? Naja, egal, Leute. So, dann jetzt wieder schnell zum... Zack, zack, zack. So, oh, da vorne ist Candy. Ich glaube, Candy ist auch gerade fertig geworden. Äh, ist die Zeit noch? Oh, und ich fertig, fertig. Eins, stopp! Oh, Mann, ey. Gerade noch so geschafft, Leute. Was, ich hab nur so runtergezählt. Wo ist Alphastein denn? Was denn der? Wo ist Alphastein? Er ist disqualifiziert. Wo ist denn Alphastein? Alphastein, wo bist du? Äh, wo ist der denn? Weil ich hör ihn! Ich hör ihn, der kommt! Hey, der ist eigentlich schon disqualifiziert, Flauschi. Der ist doch zu spüren, doch. Eigentlich ja, das stimmt. Nein, ich hab's uns trotzdem an, was er vorbereitet hat. Na gut, warte mal, wer hat eigentlich hier so einen Thron gebaut? Ich hab das gebaut. Aha. Hm, okay, na gut. Aber Leute, ich kann schon mal anfangen, das Beste kommt zum Schluss. Deswegen geht's erst hin. Na gut. Wir gehen zuerst zu mir. Dann schauen wir zuerst nochmal Candy, was er gemacht hat. Ah, Leute, oh man, die wird sich so freuen, ey, let's go. Oh, das hört sich ja schon echt nicht so gut an, was er hier sagt. Das war jetzt hier ja mein Tonstudio, wie ihr wisst. Aha, okay. Und hinter dem Tonstudio, Flauschi, nämlich deine Überraschung, habe ich dir einen kompletten, niegelnagelneuen, Luxus-OP, 10 Millionen Dollar Keks-Shop gebaut. Hä? Hä? Wie hat der das denn in den 5 Minuten gebaut? Mit hier reingehen, barmen Kisten, alles drum und dran für dich. Hä? Äh, Candy? Das kannst du doch gar nicht in 5 Minuten gebaut haben. Das hast du mir letztens in einem Video von dir geschenkt. Äh, äh, was? Hä, das ist doch nicht erlaubt, dann könnte ich jetzt auch sagen, ich habe dir mein Hotel, meine Paulberger Hills gebaut. Das ist nicht erlaubt, Candy, da bist du leider disqualifiziert. Ja, disqualifiziert, Candy. Ja, das war's mit dir. Das war's mit deinem Geld. Haha. Okay. Na gut, dann soll ich mal als nächstes machen. Ja. Okay, Candy, du darfst aber trotzdem mitkommen. Dann siehst du mal, wie man eine richtige Überraschung für eine Frau baut. Ich komm mit. So, kommt mal alle mit zu meinem Strandhaus. So. Was soll mir sein? Ich geh ja nicht. Bevor wir hier reingehen, möchte ich noch... Wer ist das denn hier? Da ist ein Enderman, pass auf, Flauschi. Aua. Ich beschütze dich. Guck mal, woher Max will ich hier angreifen. Der bringt dich in gefährliche Situation. Und zwar, passt auf, beachtet bitte nicht, wie mein Strandhaus gerade aussieht. Banks hat das hier ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich möchte sie bitten, einmal alle in meinen Kellerraum zu folgen. Ja, den Keller hast du schon seit Wochen. Naja, aber ich habe ja da was Besonderes vorbereitet. Und zwar habe ich einen Flauschi-Überraschungsraum gebaut mit allem, was du magst. Oha, Kekse. Hier sind Kekse, hier sind Pfingstrosen und deine Lieblingsfarbe an Beton. Oha, wie cool. Danke, Max. Das hast du niemals jetzt gebaut, du Schumle. Hä, natürlich. Das habe ich ja gerade alles hier hingebaut. Hast du nicht gebaut. Das ist schon seit Wochen hier. Ja, der Keller. Der Keller hat schon existiert. Aber die Kekse, die Blumen und das Herz habe ich so hingebaut gerade. Das ist akzeptabel. Ja, das ist legitim. Aber ich habe es nicht. Alphastein. Du hast keine Chance. Ich habe geholfen. Was hat Alphastein denn gebaut? Da sind wir nochmal gespannt. Dann zeig doch mal, was du gebaut hast, Junge. Flauschi, ich will jetzt deine Herzen erobern. Ich habe es doch schon erobert. Das kannst du gar nicht mehr erobern. Wir werden starten, Leute. Komm mit. Ich bin zu meinem altes Haus. Okay. Guckt euch das an. Das ist ein Liebescookie. Ein Liebescookie. Oha. Was ist das denn? Alter. Ich habe alles für dich gebaut. Hast du da ein Stück Dreck hingebaut? Das ist ein Cookie. Was ist Dreck? Das sieht aus wie eine Kartoffel. Ist das so stark? Eine Kartoffel. Cool. Ich mag es nur in die Kette. Oha. Da ist doch gar nichts drin. Ja, aber Alphastein muss ich sagen, ist eigentlich auch schon süß. Muss man ja ehrlich sagen. Ja. Also der Kekse sieht halt nicht so gut aus. Oh nein. Sieht ja aber, Flauschi. Du musst dich jetzt entscheiden. Du musst dich jetzt entscheiden. Mit wem willst du dich weiter treffen? Also. Ihr müsst euch. Stellt euch mal da hin nebeneinander und dreht euch Richtung Kartoffel. Okay. Und man muss auch dazu sagen. Candy, komm her. Man muss dazu sagen, dass die anderen dann aufgeben. Dass der Gewinner dann seine Chance hat. Genau. Ich werde niemals aufgeben werden. Ja gut. Na gut. Okay. Ja Jungs, komm umdrehen. Ich stelle mich jetzt hinter denjenigen, der das Date bekommt. Ja? Oh mein Gott, Leute. Okay. Ihr dürft auf drei euch umdrehen. Oh mein Gott. Jetzt gleich erfahren, ob wir das Date kriegen. Flauschi ist hinter mir. Ich höre sie. Zwei. Oh ja, ja. Und? Drei. Flauschi, ich habe sie gehen. Oh mein Gott. Ihr habt verloren. Ihr habt verloren. Flauschi. Du hast dich heute entschieden. Ich glaube, du wolltest dich auch hinstellen, oder? Nein, Max hatte die beste Überraschung. Nein, Max hatte die beste Überraschung. Flauschi steht richtig und Flauschi gehört mir. Ich werde mich mit ihr treffen. Dann brauche ich jetzt alles wieder helfen. Na gut. Dann würde ich sagen, ich komme dich morgen abholen, okay? Okay, sehr gut. Okay, dann bis morgen, Flauschi. Tschüss. Oh mein Gott, Leute. Nice. Wir haben die Challenge gewonnen und haben gegen Alphastein und Candy gewonnen. Morgen geht es aufs zweite Date mit Flauschi. Leute, schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, was sollen wir mit ihr machen, falls ihr gute Ideen für ein zweites Date habt. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Kramitz. Das war die Kramitz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017